Das ist die Halbkettenzummelbedrohung. Aber was muss ich machen? Gute Frage. Der zieht jetzt seine Kreise. Gibt es hier was? Ich kann schon bald wegkappen. Ich weiß aber nicht, wo es diese komischen Waffen gibt. Da. Ich kann aber die jetzt neben mir benutzen. So. Sorry. Ich muss mal wieder wüsten. Gras. Mit diesem Ding ging das auf einmal los. Also da konnte ich das machen. Also merkt euch Maschinenpistole. Ähm. Mit der Waffe habt ihr keine Chance. Ähm. Und jetzt müssten wir jetzt zur nächsten Waffe gehen. Meine Nase läuft gerade wieder. Wo müssen wir hin? So. Darüber. Ah. Das ist so ein Stützpunkt. Genau. Das ist so ein Stützpunkt. Verdammt. Das muss ich irgendwo anders hin. Naja. Wartet kurz. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss hier. Mann. Luft einmal. Ich gehe zwar da hinten hin. Äh. Kannister mit. Okay. Okay. Na ja. Irgendwann sammelt sich die. Äh. Die sich bei mir. Genau da muss ich hin. Wahrscheinlich immer wieder nachholen hier. Nö. Okay. Okay. Ich habe nur den einen hier. Okay. Was soll ich jetzt machen? Ah. Der führt quasi alle auf. Okay. Jetzt müssen wir wieder abwarten, bis der hier auch voll ist. Warte bis das Frack leer ist. Mhm. Gut. Ah. Ich führe nicht auf. Ich äh. Ich ähm. Ich entleere. Ich nehme den quasi das letzte Stück Benzin raus. So. Und wo ist das letzte? Da hinten irgendwo. Na dann. Jetzt bin ich auf dem Präsentierteller. So. Dann bleibst du auch mal liegen da drinnen. Ey. Immer diese Zappe für Lippe. Da hat sich jemand versteckt. Da wollte sich jemand dran schleichen. Habt ihr gesehen? Genau wie die hier gerade. Wir treffen alle. Meine Güter. Ähm. Meine Güter. Lass mich mal in Ruhe. Ich will den hier nehmen. So. Ist das hier ein Krieg? Ist das hier ein Krieg? Hier muss man richtig fett durchtrainiert sein. Und das wird sie überleben. Und was kommt denn jetzt? Frag ich mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch mehr von den Affen. Schauen sie so richtig aus. So. Gleich vermeiden. Wo können wir da? Ist doch schrecklich. Ist doch schade. so. Ähm. Zombies töten. Ah. Ja. Wie. Ich muss ja töten bis die ganzen Siege zerbrochen sind. Was? Ist hier noch irgendwelche Waffen? Nö. Aber wen soll ich denn hier töten? Wenn keiner kommt. Die sind ja gut. Oh Gott. Mit denen hab ich jetzt nicht gerechnet. So. Nö. Bestimmt so eine Scheißwaffe wie ich jetzt mal hatte. Dann bleib ich da lieber bei der hier. Dann ärgere ich mich wieder eine ganze Runde hier um. Weil das einmalig wollte. Gut. Ich glaube ist das jetzt eine Art Kapitel bestanden? Oh wie. Ja Kapitel abgeschossen. Eins vom Bier. Äh. Eins vom Bier. Ach Gott. Eins vom vier. Also. Wir haben noch drei vor uns. Wir haben noch drei Kapitel hier auf dieser Insel vor uns. Oder Land oder Stadt. Ach keine Ahnung. Sardinien sagt man nicht großartig was. Vielleicht kommen da die Sardinen her. Ja. Ja.